So, wir sind in den letzten Zügen, haben fast zwei Wochen lang durchgeackert. Das schauen wir uns mal an. Ui! Wow! Leo gibt es mit, ne? Mhm. So, wir sind in den letzten Zügen. Das ist die letzte Wand, die noch übrig ist. Alles andere ist fertig. Nein, ich habe noch. Nein? Das muss noch alles gespüppeln. Hier gibt es also keinen Wald, keine Tiere, außer uns, aber dafür eine frisch gestrichene Wohnung. Doch, jetzt hast du noch ein bisschen was an der Backe. Gibt so ein kleiner Stritzel hier. Ja, das meinte ich ja auch. Ja, aber es ist noch wenig, mini winzig klein. Und die Dase läuft, kommt bestimmt vor dem ganzen Staub. Oder von den Bäumen. Voll entfliegen wir. Ja, ihr dürft ein bisschen mithelfen, wenn ihr wollt. Ansonsten viel Spaß beim Gucken. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.